Jetzt schau dir mal bitte diesen bunten, einfachen und leckeren Käsesalat an. Er ist sowas von köstlich, ich könnte ihn jeden Tag essen. Und ratzfatz gemacht ist er auch. Wir brauchen hier natürlich Käse, den machen wir erstmal klein und füllen ihn dann in eine Salatschüssel. Dann geht's weiter mit der Salatgurke, auch den in Stücke schneiden, in den Mixtopf geben und kurz zerkleinern, umfüllen. Zwei rote Paprika, auch das gleiche, einmal in den Mixtopf, kurz zerkleinern und umfüllen. Noch eine Dose Mais zugeben und grob gehackte Petersilie, ich habe circa eine Handvoll dazu gegeben. Fürs Dressing 1-2 Mayo Esslöffel, ihr könnt aber auch Joghurt verwenden, Salz und Pfeffer und das war's. Es ist perfekt klein geschnippelt, perfektes Dressing, ratzfatz fertig und ich sag's euch, lasst es euch schmecken. Viel Spaß!